2010 trat die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen auf EU-Ebene in Kraft. Neben denen anderer Gruppen umfasst sie die Menschenrechte Blinder und Sehbehinderter. Ziel dieser Konvention ist eine vollumfängliche inklusive Gesellschaft für alle Menschen. Nach über zehn Jahren sehen sich Blinde und Sehbehinderte in Europa jedoch immer noch mit vielen Herausforderungen im Alltag konfrontiert. Davon werden sie Ihnen berichten und aufzeigen, welche inklusive Lösung Sie vorschlagen, damit Ihr Leben besser wird. Aber sehen Sie selbst und erfahren Sie, was Sie tun können, um diese Welt inklusiver zu gestalten. Technische Hilfsmittel sind im Alltag vieler Menschen mit Sehbehinderungen unabdingbar. Jedoch sehen Sie sich in der EU immer noch mit vielen Barrieren beim Zugang zu diesen wichtigen Technologien und hinsichtlich einer vollumfänglichen Nutzung zu Ihrem Vorteil konfrontiert. Beispiel In Frankreich muss ein blinder Mensch 400 Euro für denselben Screenreader bezahlen, den Blinde in Spanien durch die Spanische Blindenorganisation kostenlos bekommen können. Blinde und sehbehinderte Menschen sollten von einem EU-weiten Binnenmarkt für technische Hilfsmittel profitieren, damit sie das für sie passendste aussuchen können. Diese müssten zudem qualitativ hochwertig, verfügbar und für alle blinden und sehbehinderten Menschen erschwinglich sein. In einem Zentrum für Mobilitätstraining. Eine junge Frau tippt mit ihrem Stock auf einen markierten Fußboden. Mein Name ist Natascha. Ich bin 28 Jahre alt, bin in Caracas, Venezuela geboren, lebe derzeit aber in Madrid, Spanien. Ich wurde mit Glaukom geboren. Ich sehe nur 10 Prozent. Mit den Fingerspitzen fährt sie in die Löcher eines Markierungsstreifens für Knöpfe an einem Induktionskochfeld. Es wäre sehr nützlich, wenn alle Ceranherde über diesen Lokator für Knöpfe verfügen würden, den man hier anbringen kann und dann die Schalter berührt. An einer Bushaltestelle. Sie schaut auf ihr Telefon. Wenn viele Buslinien gleichzeitig vorbeifahren, nehme ich mein Telefon, mache ein Bild und zoome auf den Bereich mit der Nummer der Buslinie. Beim Metzger. Ich würde sagen, das Komplizierteste am Einkaufen ist das Auffinden von Wartemarkenautomaten, wie man sie manchmal beim Metzger hat. Man weiß dann auch nicht, wo die Wartenummer sich befindet. Und findet man sie schließlich, besteht eine weitere Schwierigkeit darin, die Nummer auf dem Papier zu sehen. Und man hat auch keine akustische Rückmeldung des Bildschirms, damit man weiß, wann man dran ist. Für die Inklusion blinder und sehbehinderter Menschen ist es sehr wichtig, dass sie unabhängig sind und selbstständig leben können. Sie klappt ihren Stock auseinander. Wie es in Artikel 19 der BRK der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen heißt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie den BSVÖ Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich unter www.blindenverband.at, einem Mitglied der Europäischen Blindenunion EBU. Dieses Video wurde unterstützt durch das Programm Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft, V-Programm der Europäischen Union.